Hallo hier, SipDubTube. Hallo. Hallo. Na, wir sind jetzt hier gerade bei Real. Real, genau. Und wollten hier auch noch mal nach ein paar Sorester-Sachen gucken. Genau, wir wollten ein bisschen gucken, was die hier so anbieten. Genau, wir waren ja schon bei Aldi und bei Lidl. Genau. Und ja, hier Real, ich will jetzt Rewe sagen. Ne, Real. Real ist sozusagen genau gegenüber. Genau. Da kalt's schon, ne? Real ist halt so gegenüber von Lidl und dachten wir uns, dass wir einfach mal hier reingehen. Wir gucken hier so ein bisschen genau. Und hier gibt's ja auch sehr, sehr viel. Guck mal, was kommt da schon mal? Ich glaube, davon habe ich genug. Davon haben wir genug, davon haben wir glaube ich. Ich glaube, ich sollte erstmal reichen, weil wir haben davon zwei Packen und dann auch in den beiden Raketen ist auch sowas noch dabei. Ja, genau. Aber hier haben wir jetzt viele, viele Raketen. Äh, ja doch. Warte mal. Nicht boxen. Und auch Batterien. Batterien, genau. Fiel mir grad nicht ein. Oh. Ja. Kostet auch 40 Euro. Ja. Also unten 40 Euro. Big Beats, 27 Schuss. Die sind echt verdammt, warten wir kurz. Die sind echt verdammt riesig. 54 Gramm Explosivmasse. Das ist einiges. Oh. Ach, die gibt's ja auch. Wieder. Letztes Jahr gab's sowas noch, oder? Ich hab sowas letztes Jahr gar nicht gesehen. Wir haben gerade bei Aldi 1,09. Ja genau. Aber ich hab die vorher noch nie gesehen so richtig. Und da sind nur drei Teile hier drin. Oh. Was kosten die denn? 4,3,29. Ist ja viel teurer. Ja. Und nur drei drin. Wir haben gerade 5 für 1,09. Eben. Wollt grad sagen. Die haben wir noch nicht gekauft. Was ist das? Wolltest du? Wir geben jetzt einmal hier die Regale durch. Wir wollen mal kurz einfach mal gucken, was du suchst. Also hier gibt's eigentlich auf der Seite Batterien, Batterien und Batterien. Viele, viele, viele Batterien. Was haben wir hier? Was gibt's hier? So kleinere? Ne. Auch Batterien. Okay. Hier haben wir Pyrocrack. Was ist das? Cracker. Das sind auch. Ach, das sind nur kleine Matzen. Chinaböller. Achso. Chinaböller. Chinaböller sind immer gut. Genau. Was ist das? Oh, schön. Haben wir aber. Ja. Was gibt's hier noch so schönes? Was ist das? Finalkette. Die hatten wir letztes Jahr. Die war so extrem laut. Nein, die haben die doch. Das ist ja wie so ein Teppich, ne? Die sind arme sowas eigentlich? Ne. Ich glaub, wir wollen das auch nicht haben. Haben die nur laut. Was? Ich glaub, wir haben jetzt aber genug. Wir haben echt wirklich viel. Wenn hier noch irgendwas super besonderes ist, können wir sie mal gucken. Ja, genau. Was gibt's hier noch? Feindlichkeit, ne? Tischfeuerwerk. Und sonst? Ja. Genau. Was haben wir hier auch? Tischfeuerwerk, Tischfeuerwerk? Nee, nicht. Bombenspaß. Auch Tischfeuerwerk. Was ist das? Jetzt kein Tischfeuerwerk. Achso. Achso. Guck mal. Was ist das? Ah. Hier gibt's das leppere Schips. Nein, das sind keine Schips. Das muss ich auch jetzt sagen, hä? Mega Party. Nee, weil ich hatte bei Lidl, da war so eine, war richtige Schips als Silvesteredition so. Echt? Ja, ich hab mich erst mal gefragt, was das sein soll. Wir haben besackt. Ah. Aber, das ist auch was zum Anzünden, ne? Ja, sieht so aus. Ja, aber okay. Prost Neujahr. Prost Neujahr. Ja. Was gibt's da noch so? Gibt's da hinten noch weiter? Oh, da gibt's noch einiges da vorne. Und hier rechts haben wir noch gar nicht geguckt. Muss man mal gucken. Night Drum. Okay, jetzt auch wieder so Batterien und alles. Aber guck mal, hier ist das gute, ja? Oh, das sind wirklich keine andere. Hier gibt es zwei Stück davon. Sie haben jetzt eine für 9 Euro gekauft, ne? Ja. Also die Preise nehmen wir immer unterschiedlich. Hab ich so das Gefühl. Ja. Weiter mal billiger. Na ja, egal. Batterien, Batterien. Das ist auch eine Batterie. Ja, 100 Schuss. Das ist einiges. Was ist das hier? Bis zu 4 Meter. Circa 10 Sekunden. Ah, 10 Sekunden. Ist auch viel. Auf jeden Fall sehr lang. Hier gibt's Feuerwerk. Ja, ich habe eine Tropfen. Ach, die gibt's auch Boxen. Wollen wir mal mitnehmen? Die ist ja riesig. Die ist riesig. 90 Euro. Äh, ja. 90 Euro. Riesen-Box. 79 Schuss. 45 Meter. Ja. 135 Sekunden Brenndauer. Das sieht gut aus. Was ist das? Ja. Ja. Was ist das? 200 Schuss. Wie ist das gut, oder? Können wir mitnehmen, ja? Warum nicht? Warum nicht? Okay. Hier gibt's noch viele Raketen. Sehr viele. Ich glaub, davon haben wir erst mal genug so an Raketen und so. Aber hier gibt's auch noch keine Batterien. Ja. Das sieht aus. Das haben wir doch gar nicht mal. Nee, das haben wir jetzt nicht. Aber... Wir müssen ja auch nicht alles haben. Wir haben erst mal. Hier gibt's auch wieder weitere Raketen. Ah, wieder. Also hier gibt's echt sehr, sehr viel. Oh. Ganz einfach die Füße, ne? Was gibt's denn? Da hinten gibt's auch so ein bisschen, äh, Kopfbedeckung. Da hinten. Da. Ja, das meine ich gerade. F. Hier. Also hier gibt's so ein bisschen, ja, für drinnen Sachen. Konfetti-Pistole. Oh, hier sind so eine coole Hüte. Ja. Press-Button vor LED. Komm, jetzt mal auf. Jetzt mal so ein Button. Jetzt mal so auf. Sieht cool aus. Also ich sehe das gar nicht selbst gerade. Ich muss es einmal umdrehen. Die schwarze oder die? So, dann machen wir ein Thumbnail. Du so und ich pink. Pink? Ja. Pink für die Mauer. Guck mal. Gibt's sogar mit LED, steht drauf. Echt? Press-Button für LED. Wow. Warte mal. Schau. Darf ich kurz gucken? Leuchtet die nicht, ja? Ja, ne, da musst du aus der Batterie erstmal diese Schnippse rausziehen und damit machen wir jetzt nicht. Ne, ne. Aber LED gibt's da auch. Ja. Was sind wir eigentlich jetzt hier durch? Guck mal hier noch. Äh. Kommst du? Ja. Ja. Achso, ja. Ich wollte ein Silberregen. Ach, die. Ach so. Die Knallerbsen. Kannst du mitnehmen? Ja. Ich glaube, Knallerbsen haben wir ausreichend. In jedem Paket waren die Knallerbsen drin. Ja. Ja. Hier gibt's halt da so kleinere Sachen. Ja. Und da. Ja. Wollen wir das jetzt? Ne. Nein. Mega Party. Ja. Ich würde sagen, wir sind hier einmal durch. Genau. Ja. Das war's dann von uns. Wir gehen jetzt noch kurz zur Kasse und werden was mitgenommen, ne? Du hast dann noch ein bisschen Wirtchen. Okay. So. Das war's jetzt von uns. Wir sind hier einmal durch. Und ja. Wir haben eine Batterie jetzt mitgenommen. Das heißt, wir gehen jetzt zur Kasse und kaufen die. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.